Herzlich Willkommen bei WIWANDER. Heute packen wir ein weiteres Paket aus. Ein großes Paket und darin ist ein kleineres Paket. Es ist unsere Salzwasser LED Lampe. Diese Lampe funktioniert ohne Batterien und man kann dank dieses Kabels trotzdem sein Handy aufladen. Da gibt es ein Tütchen und noch ein Tütchen zum Salz abmessen. 15 Gramm passen dort rein. Bedienungsanleitungen und die Lampe. Diese Lampe funktioniert ohne Batterien. Sie funktioniert mit Salzwasser. Ich zeige euch gleich wie. Hier ist sie, die LED und der An- und Ausschalter vorn. Dann haben wir den Tragegriff hier. Auf der Rückseite befindet sich eine Wandhalterung. Und on top haben wir den Einfüllstutzen für das Salzwasser. Einfach Wasser einfüllen, ein bisschen warten und die Lampe leuchtet. Das ist möglich durch diesen Magnesiumstab, der hier seitlich eingesteckt werden kann. Durch die Reaktion mit Magnesium, Wasser und Sauerstoff wird Energie freigesetzt, die eine Leuchtkraft bis zu 100 Lumen ermöglicht. Und die Lampe hat einen Abstrahlwinkel von 120 Grad. Trocken kann die Lampe bis zu zehn Jahre gelagert werden. Ideal für Notfall, Camping fürs Boot, Reise und überall, wo man Licht braucht. Viel Spaß. Tschüss.